hey leute in der letzten folge haben wir sechs nach geschafft und jetzt gibt es verschiedene viele verschiedene custom nights gibt vor training modes ja gibt sogar in diesem spiel es gibt new and shiny double trouble night of misfits foxy foxy ladies night freddy circuit cupcake challenge fassbill fever und golden freddy aka 10 training mode und ja wir werden alles nach der reihe machen heißt wir fangen an mit vor training modes in dem wir eigentlich nur die maske aufmachen also eigentlich nur in die mitte flerschen aufdrehen die musikbox und ganze foxy flashen jetzt seht ihr meine ganzen versuche und mein letzter versuch komplett ja dann fangen wir an das wird spaßig ok gegen das spiel nochmal spaß also eigentlich muss ich ja wirklich nur in die mitte flerschen und ansonsten war es das jetzt alle weiter auf 20 gestellt hier was bedeutet dass die noch schwerer geht es will ich also die sind jetzt auf volles maximum noch stärker können die gar nicht sein soweit ich weiß gibt es nämlich ein glitsch und der wird bisher immer noch nicht behoben dass foxy in jeder einzelnen nacht auch wenn er ausgestellt ist trotzdem kommt dass er jeder einzelnen bonus nacht ihr seht schon die sind direkt da die sind jetzt schon da ist es nicht mal eine morgens die sind direkt da alle ja und es muss eigentlich die ganze die maske aufhaben jetzt habe ich noch foxy flashen und ansonsten musikbox oben halten das war's was besonders ist das jetzt nicht ich muss ich auf die fans schauen das ist egal kommen halt so oder so rein dann maske dann ja ausschätzt die regel gegen vertreten und das hat mir ja das war das spät nein das war nicht spät als nur das war gut das war gut das war gut ja ich lebe noch das war gut auf ob sie ob sie können ein problem werden auf 20 ich werde schon ich hätte ich weiß jetzt schon ich werde so viel spaß damit 10 20 das war gut das war gut halt die fresse ich werde so viel spaß haben mit 10 20 jetzt weiß ich jetzt schon jeder einzelne charakter auf dieses maximum gestellte fox ist auf 20 sehr aggressiv ja ich sehe es der geht auch nicht weg du musst ihn wirklich viel mehr flashen dass er abspürt vom kriegst eine maske wie sie zur stroh rum ja das wissen wir nicht ich habe angst dass ich am ende keine flashback power habe und deshalb verrecken werde das hat das war jetzt wirklich unerwartet aber ich lebe noch ich hoffe ich schaffe es im first try also es sieht bisher gut aus weil es ist jetzt schon zwei morgens drei morgens keiner und ich habe nicht geahnt ich habe Angst wegen Foxy ich glaube mein größtes Problem jetzt ist Foxy wie bist du so gut? ich weiß nicht ich habe nur viele Spielplätze gesehen aber ich habe nicht FNAF VR gesehen weil ich es für mich selbst spielen möchte und wir spielen und streamen oh nein 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 das war zu langsam oder nein das ging noch das ging noch das ging noch oh mein gott ich lebe noch ich dachte ich wäre tot ich dachte das wäre das wäre zu lang es ist nicht schwer es ist aber es ist nicht so schwer es ist aber es ist nicht so schwer ich denke ich wünsche ich war so gut wie du oh ich würde nicht sagen dass ich wirklich gut bin aber ja ich bin nicht schlecht vor allem ich spiele das im fullscreen mit sounds und voller lautstärke alles oben alles voll aufgedreht also nicht voll aufgedreht aber ich höre alle jedes einzelne spiel was ich aufnehme ich höre ich alles ein kleines wenig ein klein wenig lauter als ihr ja es ist komisch dass ich das Geräusch wenn eine Metronik vor einem steht entspannt finde dieses ja das ist schon wirklich komisch Doki I suck at FNAF ich habe die Gefühl dass meine Batterie ist going to run out oh hey ich habe bereits FNAF 1 also warum nicht FNAF 2 und FNAF 3 und FNAF 4 und FNAF Sister Location und FNAF 6 und Ultimate Custom Night ok ich bin überrasch jetzt kommt Five Nights at Monika VR das ist die Frage weißt sie sieh ich sieh 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 Es ist besser, wenn ich ein Flamer bin. Ich bin ziemlich gut an FNAF 2, weil ich es sehr gut gespielt habe, ja. Skipped auf Five Nights Literal Club. Ist doch so... Ja, aber er will VR! Er will VR-Version! Es ist 5 am. Ich spiele dieses Location a lot. Okay. Ich werde es später spielen. Aber erst muss ich die anderen spielen. Ja, wenn Foxy mich jetzt noch kill, ich rast aus. Ich würde es geschafft haben. Hallo, hier ein Video. Ich will einzelne Videos rausbringen, damit ich wieder aktiv werde. Danach guck mal, dass ich schnapp reinfange. Oh nein, Foxy, 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 Foxy. Fick dich, fucky, fucky, fucky. Du bist da. Du bist H adamant. Ich bin gespannt, wann es es ernten wird. Wie jetzt. Ich bin gespannt, wann es es ernten wird. aber ich muss noch gestehen es war nicht so schwer es war auf jeden fall einfacher als in fluff 1 great now get out you're fired reasons tapering of animatronics die end pink slip fritz schmidt first day on the job ok super dann werden wir uns ab jetzt nächsten folgen alle challenges machen und ich werde dann nicht mehr hallo und bei sagen weil ich da jetzt keine lust zu jeder folge das gleich zu machen aber dann wisst ihr auf jeden fall bescheid und wir sehen uns